Anton Tschechow, Vergebung Am Tag der Vergebung vergebe ich nach christlicher Sitte und aufgrund meines guten Herzens allen. Dem triumphierenden Schwein vergebe ich, dass es Trichinen enthält. Ich vergebe überhaupt allem, was das Leben einengt, bedrückt und einschnürt, als da sind zu enge Stiefel, Korsetts, Verbände und so weiter. Ich vergebe den Apothekern, dass sie die rote Tinte zubereiten, dem Schmiergeld, dass Beamte es nehmen, dem Birkenbrei und den alten Sprachen, dass sie Jünglinge traktieren und den Greisen Freude bereiten und nicht umgekehrt. Der Zeitung Gollos, dass sie geschlossen wurde, Staatsräten, dass sie gern gut essen, Bauern, dass sie schlechte Gastronomen sind. Ich vergebe dem Kreditrubel. Apropos, ein Konsistorialrat, der einen eben ergatterten Rubel in Händen hielt, sagte zum Diakon, Hier, komm mit, Vater Diakon, ich kann einfach seinen Charakter nicht begreifen. Nehmen wir nur diesen Rubel zum Beispiel, was ist er? Er fällt, erniedrigt, beschämt, schwärzer geworden als Ruß, hat er jedes anständige Ansehen verloren, aber ich liebe ihn, ich liebe ihn, all seinen Mängeln zum Trotz und vergebe ihm. Nichts, Freund, wirst du mit meinem guten Charakter erreichen. So auch ich. Ich vergebe mir, dass ich kein Adeliger bin und das Gut meiner Väter noch nicht verpfändet habe. Ich vergebe Schriftstellern, dass sie bis auf den heutigen Tag existieren. Ich vergebe dem Redakteur Okrejitsch, dass seine Zeitung nicht so zart ist, wie erwünscht. Ich vergebe Suvorin, den Planeten, Kometen, Klassenlehrerinnen, ihr und schließlich dem Punkt, der mich daran hindert, bis ins Unendliche zu vergeben. Ich vergebe mir,